Intro Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic In einer weiteren Folge Scrap Z Der Show mit dem Lift, in der ich eure Kreativität anbiete und eure Werke vorstelle Und wir schauen wieder mal in den Lift Und wir haben hier direkt den Unimog mit Kran von GA.leitner Dieser Unimog ist Part 2 von Baufahrzeugen Die ein Kumpel von mir und ich zur Zeit entwerfen Es hat ziemlich lange gedauert, dieses Fahrzeug zu bauen Und wir sind auf viele Details eingegangen Weshalb ich hoffe, unsere Arbeit wird respektiert Denn erneute Uploads sind unerwünscht, keine Mods benötigt Das ist auch immer sehr schön, dass das dabei steht Diese Kreationen da von YouTubern auf der ganzen Welt in Videos verwendet werden Genannt werden möchte ich Dugerto Vielen Dank Dugerto Funktionen, hier haben wir nochmal die Beschreibung Das probieren wir gleich alles aus Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und hoffe, es leckt nicht zu sehr Kann vorkommen Dann bilden wir das mal und schauen uns mal diesen Unimog an Aha, also erstmal schon mal Die Räder sind schon mal extrem spannend Wenn ich das mal sagen darf Wir sehen, es hakt leicht Aber das passiert glaube ich nur, wenn ich hier so ein bisschen seitlich laufe Es sieht schon mal sehr geil aus Und wenn ich bei den letzten paar Erfindungen gesagt habe Dass die mich an Lego Technik erinnern Dann muss ich sagen, das hier ist definitiv Lego Technik Selbst die Räder bestehen aus Einzelteilen Selbst die Räder sind eigentlich keine fertigen Räder Wie man sie in Scrap Mechanic kennt Was man ja auch jetzt mittlerweile mit Mods machen kann Man kann ja einfach Mod Packs runterladen mit riesigen Rädern Das ist hier nicht so gemacht worden Hier sind die Räder wirklich gebaut worden aus Einzelteilen Das ist natürlich der Wahnsinn Da sieht man, da wurde sich richtig Mühe gegeben auf jeden Fall Nicht schlecht Das Teil ist natürlich riesig Auch das ist eigentlich bei Lego Technik so Weil bei Lego Technik sind ja die normalen Lego Figuren immer viel zu klein Ja, die passen ja in die Lego Technik Fahrzeuge eigentlich gar nicht vernünftig rein Und genauso komme ich mir auch gerade vor Wie so eine kleine Lego Figur Die bei so einer Lego Technik Erfindung steht Und ja Eigentlich nicht wirklich, ja damit was anfangen kann Weil ich viel zu klein bin So, jetzt versuche ich mal einfach erstmal einzudringen Ich drücke jetzt einfach mal ein paar Knöpfchen Gibt es hier vielleicht irgendeine Treppe oder so Die sich runterfahren lässt Wow Wow Wow, wow, wow Oh mein Gott Wartet mal, wartet mal, wartet mal Ich glaube Ja Ich muss auch mal nachlesen Gibt es eine Treppe, dass man irgendwie da leichter reinkommt Türen Gelenke bewegen Drehen, greifen Ne Es gibt anscheinend keine Dann lasse ich mich einfach mal hochfahren mit dem Lift Und schau mal, was es so in dem Lift Beziehungsweise in dem Fahrersitz für Funktionen gibt Vielleicht gibt es ja da noch ein paar Funktionen Guckt mal, hier sind ganz viele Knöpfe auf jeden Fall Ich zoome erstmal ein Stück raus Ich fahre mal ein Stückchen hier an dem Lift vorbei Dass der nicht so im Bild ist So, jetzt bin ich mal gespannt Was kann das jetzt? Ich drücke mal die 2 Das ist die Beifahrertür Die 3 ist das Abheben des Verdecks Was auch ziemlich cool ist Wir sehen jetzt da vorne so ein bisschen Wenn ich jetzt mal wieder in die Ego gehe Da sehen wir sogar so eine Art Motorkonstruktion hier Guckt mal Das ist auch ziemlich cool Wenn dann so ein Motor auch wirklich ausgestaltet wird Und nicht einfach nur so ein paar fertige Motoren gesetzt werden Wenn der so wirklich auch designt ist Das ist ziemlich nice So, dann mache ich mal die Haube wieder zu Die 4 ist eine Rundumleuchte Nicht schlecht Die 5 ist das Radio Die 6 Scheinwerfer 7 gibt es nicht Oh doch, Moment Die 7 gibt es Ah doch, das sind die Rücklichter Ja, guckt mal Gut Dann gehe ich mal auf den Beifahrersitz Vielleicht hat der ja auch noch Funktionen Ne, hat er nicht Dann, ähm Das sind die Knöpfe wahrscheinlich Die gerade, die ich gerade probiert habe schon Huch, jetzt muss ich runterfallen Denn hier hinten Gibt es ja noch den Kran-Sitz Und da schauen wir jetzt einfach mal Was der so kann Wenn ich die 1 drücke Ah ja, oh, oh, oh Wenn ich die 2 drücke Ah ja Wenn ich die 3 drücke Aha Ah ja, und die 4 ist greifen Alles klar Auch ziemlich cool Aber natürlich sehr Fest eingestellte Kraneinstellungen Also man kann immer nur wechseln Zwischen der Position Und der Position Man kann das jetzt nicht irgendwie Dynamisch wechseln Oder so Also man kann das jetzt nicht hochfahren Und wieder runterfahren lassen Das funktioniert nicht Das hat bei einem der vorhergehenden Kranarme Die wir schon hatten Funktioniert Huch Aber man kann sich am Bauch kratzen Also das Fahrzeug kann sich am Bauch kratzen Das ist natürlich sehr schön Ähm Ah ja Ich kann auch hin und her schwenken Wenn jetzt natürlich der Greifarm Nicht unter dem Auto hängen würde Ah jetzt Moment Ah guckt mal jetzt hier Moment Nein, nein, nein Irgendwie Ah ja Okay jetzt Jetzt kann ich schwenken Sehr schön Nice, nice Aber es dengelt auch immer noch So ein bisschen zurück Ist ein bisschen so wie so Ein Federeffekt Tritt da auf Aber trotzdem sehr Interessant Auf jeden Fall Sehr interessante Lösungen Will man mal kurz in die Verbindungen reingucken Ah ja Wir sehen Es ist schon möglichst einfach gehalten Weil man muss natürlich auch folgendes bedenken Je komplexer das hier alles wird Mit Stoßdämpfern Und Beerings Und hast du nicht gesehen Desto weniger FPS hat man am Ende des Tages natürlich Und das muss man dann entsprechend wieder berücksichtigen Beziehungsweise kompensieren Und das ist hier ziemlich gut gelungen Ah die Ladefläche kann man auch aufmachen Seht ihr mal Eine sehr schöne Kreation Der Unimog mit Kranarm von Dugerto Vielen Dank an dieser Stelle für dieses coole Fahrzeug Das wieder mal voll in die Lego Technik herbeschlägt Richtig gut Und wir kommen zur nächsten Erfindung Was haben wir denn hier Den PUBG Buggy Das ist aber auch cool Von der Checker HD Hallo Spielbär Ich bin zwar nicht so gut in diesem Spiel wie du Aber ich habe einen Buggy aus PUBG nachgebaut Und stelle ihn dir für deine Videos zur Verfügung Bitte nenne mich im Video der Checker HD Mods keine Tipp du solltest am besten nicht zu enge Kurven fahren Weil das Fahrzeug sonst umkippt Ist ja wie in PUBG auch Da macht das Teil nämlich genau das gleiche eigentlich Und drücke beim Einsteigen Schalter 1 PS deine PUBG Folgen sind cool und spannend Du bist der beste Bär Vielen lieben Dank an der Checker HD Das freut mich ja auch immer Wenn so ein paar Dinge aus meinen Videos quasi auch nachgebaut werden Wenn ich zum Beispiel Ja PUBG spiele und dann wird hier so ein Buggy gebaut Das ist ziemlich nice eigentlich Eine ziemlich coole Idee Das hat dann auch so ein bisschen einen kleinen Bezug zum Kanal So das ist eigentlich sehr nice Und ich muss sagen Der PUBG Buggy Also ich erkenne den auf jeden Fall schon Hier vorne so ein bisschen gelblich Ja mit so ein bisschen so einem Rennstreifen hier in der Mitte Und hier hinten dieses rote Licht Ja ganz wichtig Daran erkennt man nämlich immer Wenn das rote Licht an ist Weiß man da ist jemand mit gefahren Und da muss man dann aufpassen Weil das Ding ist dann nämlich nicht natürlich gespawnt Wenn das rote Licht hinten an ist Ja die Bremslichter sozusagen Und auch sehr schön hier hinten Der Sitz wo man drauf sitzen kann Und von dem aus man dann auch schießen kann im Spiel Ja hier sehr schön Kann man quasi seinen Kollegen hinten drauf packen Und der kann dann da schießen Und ich kann mich sogar mehr oder weniger so hinten drauf stellen hier Dass ich sogar noch drauf stehen kann Und auch jetzt hier so wie in PUBG in die Richtung gucken kann Also nach vorne Normalerweise guckt man dann nach hinten Wenn man auf dem Sitz sitzt Sehr schön Muss ich schon mal sagen Ist nice nice So jetzt setze ich mich mal rein Und ich muss gleich die Taste 1 drücken Ja Ah ok Da kommt dann auch vorne dieses Dieser Streifen dann dahin Ok ich soll nicht zu scharfe Kurven drehen Ich probiere jetzt mal mit scharfen Kurven direkt Wow 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 Ja das muss man testen Und genau so ist das in PUBG dann auch Dann steht das Ding auf dem Kopf Und man kann nichts mehr damit machen Das ist sehr authentisch umgesetzt Wenn ich das mal sagen darf Juhu So Ich fahre nochmal ein bisschen Ich versuche mal ein bisschen Ach hier haben wir die Levelgrenze Mensch schon wieder Ey wie oft fahre ich denn hier wieder an die Levelgrenze Das gibt es doch gar nicht Ich muss mal in die andere Richtung fahren So Ja auch diese hinterlistigen Bodenwellen Das ist genau wie in PUBG auch Die dann einfach so dazu führen Dass man einfach so random hüpft Ohne dass man das überhaupt richtig sieht Warum man hüpft Das ist genau so wie in PUBG Das liegt wahrscheinlich aber eher an den Eigenheiten von Scrap Mechanic Warum das hier gerade so Genauso ist als an dem Nachbau Hui Ja das ist doch schön Der PUBG Buggy Richtig nice Und wie gesagt An die Zuschauer da draußen Wenn ihr auch PUBG Einsendungen machen wollt Es gibt ja noch andere Sachen die man bauen kann aus PUBG Zum Beispiel das Boot Oder es gibt auch noch den UAZ in verschiedenen Ausführungen Und auch dieses andere Fahrzeug Dieses Zivilfahrzeug Das fällt mir gerade nicht ein der Name Aber das könnte man zum Beispiel auch noch nachbauen Vielleicht als kleine Anregung Falls jemand gerne was einsenden möchte Aber absolut keine Idee hat was er machen soll Dann wäre das natürlich auch noch eine Idee An der Stelle bedanke ich mich aber erstmal beim Checker HD Für seinen PUBG Buggy Vielen Dank Und wir kommen zur nächsten Erfindung Das Artillerieortungsradar Cobra Counter Battery Radar Von Dumb Things Dient zur Aufklärung und Ortung von Rohr- und Raketenartillerie Sowie Mörsern und Störsendern Als Fahrzeug kommt ein Man 5 Tonner Mille mit verbreiterter Spur und Überbreite Am Fahrzeug gekennzeichnet zum Einsatz Unter der Tür im Containeraufbau Befindet sich ein Sitzelement Welches eine Leiter zum Zusteigen ersetzt Okay Über die Trittleiter befinden sich jeweils Ein Sitz und den Einstieg ins Führerhaus zu ermöglichen Sorry wegen der vielen Mods Konnte mich jedoch nicht weiter einschränken Ja kein Problem Solange das alles aufgelistet ist Ist das ja Passt das ja Dann finde ich das ja auch alles Bitte ladet diese Kreation nicht erneut hoch Auch nicht in veränderter Form Please do not edit Upload it again Gerne darf diese Kreation auf YouTube vorgestellt werden Sofern ihr mich als Ersteller nennt Viel Spaß mit dieser Kreation Und wir bedanken uns an der Stelle nochmal beim Dumb Things Also dafür dass er sich Dumb Things genannt hat Lässt er sich echt coole Sachen einfallen Das muss man mal sagen an der Stelle So jetzt erstmal gucken Wie sieht es aus mit den Lags Es laggt überhaupt nicht sogar Also das läuft flüssig Boah das sieht doch mal krass aus ey Solche Teile habe ich auch schon mal gesehen Ohne Witz Also das ist glaube ich sogar ein relativ bekanntes Militär und auch NATO Fahrzeug Nicht schlecht Ja Wahnsinn Auch die Camo Verkleidung ist halt sehr schön geworden Da hat er sich auch viel Mühe gegeben Das sieht man mit dem Einfärben auch Weil sowas ist schon ein bisschen tricky da So eine richtige Camo hinzukriegen Nicht schlecht So Dann gehen wir mal hier vorne gleich mal rein Ne Und schauen uns das mal an Von innen So Ach guck mal man kann hier gar nicht Ah doch Ah guck mal Er hat hier die Blöcke die als Sitz funktionieren benutzt Interessant Irgendwo unten war eine Zustiegshilfe Hat er noch gesagt Irgendwo ist ein Sitz unten Ich erkenne das jetzt gerade nicht Ist egal ich komme auch so rein Drücken wir mal die 1 Und was macht die 2 Die 2 sind erstmal Scheinwerfer Genau Die 3 Macht irgendwie nichts Habe ich jetzt zumindest nichts gesehen Ah ja Blinker Okay 5 Ist der linke Also der rechte Blinker Die Das Lenkrad ist die Hupe Ah ja okay und dann Geht nichts mehr Ich fahre mal erstmal ein bisschen rum Wir erstmal die Fahreigenschaften ausprobieren Das fährt sich echt wie so ein schwerer Laster Geht auch so schön Ne neigt sich so schön in die Seite rein Wenn man lenkt Das ist sehr cool Nicht schlecht Auch das Reserverad da an der Seite ist sehr cool Unglaublich viele Details Wenn ich das mal sagen darf Richtig nice Das gefällt mir sehr sehr gut Der Wendekreis ist auch sehr realistisch Wenn ich das mal sagen darf Ich wette so ein Teil hat einen richtigen fetten Wendekreis In der Realität In der Realität So jetzt Moment mal Jetzt mal stopp Jetzt müssen wir mal gucken Gibt es noch einen Beifahrersitz Ja gibt es Moment Da passiert aber nichts Okay also da kann man nichts machen Jetzt muss ich nochmal gucken Wie war das mit der Zustiegshilfe Über den Trittleitern befinden sich jeweils Einen Sitz um den Einstieg ins Führerhaus zu ermöglichen Okay Über den Trittleitern Die Trittleiter ist hier Ah ich Ah 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 I see I see I see Alles klar Ich hab's verstanden Sehr schön So da gibt es auch nochmal Eine Tür Und hier Ah hat er sogar markiert Guckt mal hier mit Pfeilen Sehr schön Damit man da schnell hoch kann Die Kommandozentrale Guckt euch das an Hier sogar Mit Kopfhörer Nice Das ist eine coole Idee Mit diesen Gestänge Mit diesen Gestängeteilen Kopfhörer zu bauen Nicht schlecht Das ist cool So dann setzen wir uns nochmal Ne Ich zoome mal ran Ha Mobile Einsatzzentrale Oh Moment da passiert was draußen Aha Das Radar Das Radar Equipment Wird ausgefahren Und wird sogar ausgerichtet direkt Nicht schlecht Und die 2 Was macht die 2 Der zweite Knopf Dreht es ein Cool Ja nice Zur anderen Seite Kann man das so ausrichten Wenn ich jetzt beide Knöpfe drücke Dann müsste das eigentlich einfahren Oder Ja Wer macht das Ja Wahnsinn Crazy verrückt Also ich muss sagen Diese Einstiegstechnik hier Ohne Witz Die muss ich mir merken Ich hoffe ich Ich merke es mir dann auch Das ist echt eine clevere Idee Wenn man so ein großes Fahrzeug hat Wo man ja eigentlich hier nicht wirklich dann hochspringen kann auch Dass man einfach da so einen Sitzblock hin macht Und dann Ne Einfach so als Einstiegshilfe Das ist clever Das ist eine sehr sehr schlaue Lösung Wie gesagt Er hat sich Dump Things genannt Aber das ist alles gar nicht so Dump Was er hier macht Das ist alles sehr sehr schlau Wenn ich das mal sagen darf Das Moment hier war irgendwie was zum drücken Achso das sind die Lichter Gucken wir nochmal ob noch irgendwas anderes jetzt hier ist Dass ich nichts vergesse Wir wollen ja hier bei so einer krassen Erfindung nichts vergessen Ich muss mir das nochmal angucken hier Das sieht so gut aus Ohne Witz Da sind so viele Details dran Ich bedanke mich an der Stelle beim Dump Things Für seinen coolen Ortungsradar Cobra Und weil wir eh gerade beim Militär sind Schauen wir uns jetzt noch hier abschließend Den MRLS Thanatos 1 von Black Eyes an Hiermit stelle ich mein erstes Gefährt vor Das mobile Rocket Launcher System Thanatos Oder kurz MRLS Thanatos Die benutzten Mods sind hier aufgelistet A bad English Translation comes after the German part Okay Warnung Aufgrund vieler Controllerknöpfe, Kugellager und Logikblöcken Neigt das Teil zu exorbitanten FPS Problemen Es anzuschweißen und die hintere Luke aufzumachen Hilft dem entgegenzuwirken Okay guter Hinweis auf jeden Fall Hier sind nochmal die ganzen Funktionen erklärt Momentan noch keine Raketen eingebaut Zumal die Performance momentan unter dem Teil schon genug leidet Falls ein YouTuber eine Showoff darüber machen will So würde ich darum bitten Eine Link in den Was? In bei Steam Kommentaren zu hinterlassen In dem Fall würde ich mich über eine namentliche Nennung Unter dem Namen Black Eyes freuen Zusätzlich verbiete ich hiermit sämtliche Reuploads Ohne eine Rücksprache mit mir und Erlaubnis Alles klar Wir bedanken uns an der Stelle beim Black Eyes Für seinen MRLS Thanatos 1 Und dann schauen wir uns das mal an Oh ja, oh ja Ich sehe was er meint mit FPS Einbrüchen Okay also rumfahren werden wir damit definitiv nicht Das kann man glaube ich schon mal direkt knicken Oh Gott sei Dank Meine Güte Hui So dann schauen wir doch mal Was hat das denn jetzt hier alles so für schöne Funktionen Jetzt habe ich es natürlich super hoch oben angeschweißt Darf ich nochmal einen Blick rein So was ist das hier alles? Lauter Knöpfe Huch Oh Gott Ist ja voll der Computer hier Irgendwas passiert Ich steige hier gerade voll durch die Eingeweide rein Ah Guckt mal Oh das ist aber cool hier Also der Innenraum ist richtig geil gemacht Muss ich mal sagen Richtig nice Auch so mit den Computermonitoren hier Man kommt sich echt vor wie in so einer Krassen Kommandozentrale Mit der Glasboden hier Wo man die ganzen Knöpfe und Lampen sieht Das ist schon sehr sehr nice Und ein Ein Sitz zum Stehen Ein Stehsitz Ein sogenannter Und man sieht mein Gesicht Das ist sehr gruselig Ich kann aber leider nicht weiter rauszoomen Jetzt sehe ich das Teil nicht wirklich von außen was passiert Deshalb drücke ich Ah Moment da war kurz Geht das auch von der anderen Seite? Ja Moment Hier ist der Punkt wo ich es von außen sehen kann Machen wir das doch mal Okay die zwei sind die Lampen Drei Blinker Vier ist bestimmt auch Blinker Ja 5 ist Huppe 6 Ah eine kleine Radarschüssel Nicht schlecht 7 Ah mit der 7 kann sie sich sogar drehen Die 8 Ach kann ich gerade nicht erkennen was die macht Ah doch Moment Die macht vorne die Jalousien Seht ihr das? Ich kann das da vorne so zudrehen Damit ich schwerer erschossen werden kann Wenn einer auf mich schießt Rundum leuchten auch schön Die sehen auch voll gut aus Darf ich das mal sagen Die sehen richtig nice aus Und was macht die 0? Die 0 macht nichts Genau Gut dann lassen wir das doch mal Halten wir das doch mal an Ja und jetzt muss ich nochmal gucken Hier gibt es noch andere Knöpfe Ah eine Seitenluke Noch eine Seitenluke Ich drücke jetzt einfach mal alles Ah ja das ist die Tür Hier sind auch noch Knöpfe Guckt mal Ah Irgendwas passiert außen gerade Ah Ah ok Das sind die Räder die sich irgendwie gedreht haben Alles klar Ja nice Coole Sache Auf jeden Fall ein sehr cooles Fahrzeug Mit vielen coolen Funktionen Und natürlich mit etwas schlechten FPS Natürlich genau aufgrund dieser Tatsache Aber ich muss sagen Designmäßig richtig cool Und funktionsmäßig richtig cool Wenn Scrap Mechanic nur noch ein bisschen performanter laufen würde Kann man das bestimmt auch richtig cool einsetzen Vielen Dank an der Stelle nochmal An den Black Eyes Für seinen MRLS Thanatos 1 Wenn ihr auch eine coole Erfindung habt Die ihr gerne in Scrap Set vorgestellt haben wollt Schreibt mir den Link zu eurem Workshop Objekt Im Kommentarbereich unter diesem Video Die Beschreibung eures Workshop Objektes Muss enthalten Eine Erlaubnis Dass ich das Ganze auf YouTube zeigen und verwenden darf Eure Namen Wie ihr genannt werden möchtet Welche Mods ihr beim Bauen verwendet habt Und ihr müsst daran denken Dass ihr die Erfindung im Workshop Auf öffentlich sichtbar stellt Damit ich das Ganze auch öffnen kann Da bedanke ich mich an der Stelle nochmal Bei allen die etwas eingesendet haben Und sage bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic Bis dann Ciao Ciao Bauen wir es sehr gut o n Fragen Was ihr passt Eure Im Moment